thompson haus schön 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 und ich glaube ich bin ich noch nie gestaltet alles klar ist der generator und ne mac 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 und ein ace und keller und frederick okay dann gehen wir mal hier vorn währenddessen er mit den anderen spiegelt können wir hier schnell den generator durchziehen erste liegt schon was La 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 Die Gewinden Gewinden Deine retten noch? Muss den Generator machen Ähm, hallo? Geht ihr retten? Freunde? was ist denn da los jetzt jo gerade noch rechtzeitig er hat mich eh gesehen nicht hat er nicht möchtest du mich heilen doch dann legt mich doch in den arsch ok beide geheilt das ist schön ich glaube ich gehe gleich mal ins haus rein oder ok ja natürlich freddy oh freddy tschau deswegen mussten rüberjumpen oh ja das war das war nicht ganz so geil ok da hat er mich doch mal noch mal dran gekriegt am schlawittchen der alte schlawiner ja ist da noch kaffee drin warum kommen jetzt alle drei hier hingerangt und warum hat der der penta warum kommt der auch hier hingerangt was willst du von mir meinst du lass mich von der heilen oder was weck ihn doch erstmal auf was hältst du davon hallo bist du ein bisschen baller baller oder was ey ich glaube ich gehe jetzt ins haus rein oder moment sehe ich noch nicht ist ja eigentlich der keller warte mal hier geil ist der keller das hat so eine mega lange treppe hier will ich nicht hängen obwohl freddy geht eigentlich so komm jetzt ein geiles werkzeugkit dann mache ich schnell oben den generator fertig denn derzeit ist wahrscheinlich der nächste durch und dann sind wir raus hier das hört sich voll geil an ok ein braunes oder ein graues ist jetzt nicht so geil aber die kommt doch in den keller die kommt doch in den keller ne kommt doch nicht ok so ich hoffe mal dass die anderen helfen gehen ich bin jetzt gerade hier oben ich wollte jetzt ungern wieder runter laufen ok wurde schon mal gerettet das ist gut dann kann ich hier in ruhe durchziehen und dann kommen wir hoffentlich hier raus alle gemeinsam ok eine pennt oder ibronn ibronn ich hoffe du hast nicht freddy mitgeschleppt hier ok wo ist das tor da ist keins da hinten wahrscheinlich ich bin am Arsch der Welt da und da ganz hinten alter scheiße ist ja aus diesem verkackten haus gibt es nur eine treppe nach unten ok wird noch nicht geöffnet ah jetzt vergiss man nicht drauf komm mal komm mal und nöt alter ich hab gar keinen flink ne die ja schon aufgemacht bitte komm mal noch auf komm mal noch auf Alle raus? Nice. Alle raus. Geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Und, welchen Punkt haben wir gemacht? Oh, 19.000, das geht doch. 7, 5, 3 und 3. Und einen Pimp haben wir auch noch gekriegt. Schön. Schön Runde. Was hat ich denn überhaupt hier? Gold, 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 Silber. Flüchtling nur Silber? Okay. Was hat er denn dabei gehabt? Tana war klar, vergiss meinen nicht. Nice Calling und... Nöd. Nöd, nöd. Okay. Aber die haben auch nicht viel mehr Punkte, ne? 1000, ja gut, 1500 mehr. Als ich. Okay. Schön. Wenn's gut schön. Schön. Sehr schön. Willkön.